Tag und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein Thema, was wir schon ein bisschen länger nicht mehr hatten und zwar Headsets, denn ich stelle euch heute mal das Biodynamic Custom Game vor und Custom trifft es bei dem Ding ganz gut, denn ihr könnt hier wirklich sehr, sehr viel anpassen. Die Custom-Reihe generell, die ist so ein bisschen ausgelegt auf verschiedene Anwendungsbereiche, das heißt sowohl fürs normale Musikhören als auch für Audio-Mastering oder eben hier mit dem Custom Game fürs Gaming und wir haben hier ein paar spezielle Features, die dieses Headset besonders machen oder eben einfach ein bisschen anders als das, was so die Konkurrenz ein bisschen bringt. Zuerst mal Zubehör, was haben wir dabei, das ist immer ganz wichtig. Wir haben ein Kabel, das 1,6 Meter lang ist. Das ist, denke ich mal, für die meisten Leute ausreichend. Wer aber möchte, kann hier nochmal 80 Zentimeter ungefähr dazu addieren mit dieser Verlängerung. Diese geht dann auch gleichzeitig nochmal auf beide Klinken draus. Der Standardstecker ist nämlich nur mit einer 4-Port-Klinke und ihr könnt auch noch von 3,5 auf die größere Klinke adaptieren, wenn ihr zum Beispiel High-End Audio-Equipment habt, wo ihr diese Klinke benutzt oder manche Soundkarten haben das auch. Ja, so High-End-Geräte, die nutzen dann ganz gerne bei dem größeren Anschluss. Ja, wer die Kopfhörer von Biodynamic schon kennt, der wird hier ja nichts anderes finden, als er wirklich erwarten würde, denn wir kennen das Made in Germany. Das heißt, wir haben hier hochwertige Materialien, wir haben einen Alubügel mit einem Kunstleder-Ohrpolster bzw. Kopfband. Also das ist auch alles relativ weich und ich persönlich finde ziemlich angerehm. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen von der einzelnen Person abhängig, das heißt, wenn man wirklich riesengroße Ohren hat, dann kommt man bei manchen Hetzes vielleicht ein bisschen in die Quere mit den Polstern. Hier sollte es eigentlich so für die meisten so ziemlich ausreichen, auch von der Tiefe her. Ich muss selber sagen, ich habe Ohren, die relativ weit rausstehen und somit habe ich da öfter Probleme bei manchen Headsets, dass ich innen an die Schale drankomme, was dann sehr, sehr unbequem wird nach ein paar Stunden und das war hier jetzt nicht der Fall. Somit kann ich da schon mal sagen, das ist ein Pluspunkt und ja, vom Komfort her ist das Ganze auch wirklich gut. Das Design, das wir haben hier, ist geschlossen. Das heißt, ihr habt keine Umgebungsgeräusche, die euch eventuell stören können bzw. andersrum geben die Kopfhörer auch keine allzu lauten Umgebungsgeräusche ab. Das heißt, wenn ihr laut Musik hört, dann stört ihr keinen, der neben euch sitzt. Bei offenen Kopfhörern, das gibt es ja in der Custom-Serie auch, die sind dann halt, ja, wie gesagt, wenn ihr Musik hört, dann ist da noch relativ viel Geräusch, was aus den Kopfhörern rauskommt und das kann manchmal für die Leute, die um euch rum sitzen, ein bisschen störend sein bzw. hört ihr halt auch relativ viel, was um euch rum selbst passiert. Das Custom-Game als Headset natürlich, wie gesagt, hat hier eine Mikrofone, das ist am Kabel angeflanscht, das heißt, man könnte ja theoretisch auch ein extra Kabel kaufen ohne Mikrofon und das Ganze einfach nur als quasi Kopfhörer benutzen, wenn man beispielsweise das Ganze auf Reisen verwenden will und da jetzt nicht unbedingt ein Mikrofon braucht, gibt es da auch verschiedenstes Zubehör, genauso wie wir es ja von ByDynamic kennen. Ersatzteilversorgung ist auch sehr gut und da gibt es dann auch so Optionen, wie man kann dieses Kopfhörer in verschiedenen Farben kaufen und was noch interessant ist, diese Abdeckung hier kann man entfernen und darunter diese Platte, wo jetzt aktuell das Modell draufsteht, kann man ersetzen durch andere, die ebenfalls für ungefähr 5 Euro auf der ByDynamic-Website erhältlich sind. Also da kann man dann quasi sein Headset so ein bisschen dem eigenen Geschmack anpassen und wer möchte, kann da bestimmt auch noch ein bisschen tricksen und sein eigenes Logo da drauf kreieren und ja, das ist schon mal ein netter Touch, wo man sich so ein bisschen ausleben kann, was die Gestaltung angeht. Kommen wir mal zur Klangqualität. Gerade von den Kopfhörern wissen wir, dass ByDynamic immer ein sehr neutrales Klangbild liefert, beziehungsweise ja schon eher so ein bisschen in Richtung Audio-File. Das sieht man natürlich auch teilweise am Preis, wobei der hier jetzt für 200 Euro relativ gut dasteht im Vergleich mal zu anderen Headsets. Mittlerweile ist ja die Gaming-Sparte schon so ein bisschen in diese Richtung, dass es relativ teuer wird. Es gibt natürlich auch Einsteiger-Versionen von diversen Herstellern, aber wir sind hier eher in der Oberklasse, was Gaming-Headsets angeht und da siedelt sich auch so ein bisschen der Sound an. Man muss aber auch hier sagen, das Ganze ist auch einstellbar. Das heißt, das Interessante an diesem Kopfhörer ist auch, das trifft auch so ein bisschen wieder auf das Custom. Das heißt, wir haben hier einen einstellbaren Bass, um es mal so zu nennen, beziehungsweise eine einstellbare Klangkulisse. An diesen Schaltern auf der Rückseite der Ohrmuschel kann man das Ganze verstellen. Da stellt ihr quasi die Bassreflex-Ports im Kopfhörer ein und somit auch die Stärke des Basses. Und so viel kann man sagen, dass wenn der Schalter ganz oben ist, hört sich das Ganze sehr flach an. Das Audio-Profil ist relativ gerade und vielleicht gut für Gaming, wenn ihr beispielsweise Schritte hören wollt und das Ganze funktioniert natürlich mechanisch. Das heißt, ihr braucht keine Software dazu. Das ist natürlich auch super für Konsolen. Das heißt, ihr könnt da Audio-Profile quasi, also Audio-Profile in Anführungsstrichen verwenden, ohne dass ihr auch irgendeine Software zugreifen müsst. Bei Konsolen ist das ja sowieso ein bisschen schwierig und das ist wirklich ein super Feature. Wenn man dann auf die unteren beiden geht, beziehungsweise auf den vorletzten, ist das so in dem Raum von anderen Kopfhörern oder Headsets, die man so kennt, die Gaming-Headsets. Da ist dann ein bisschen mehr Bass vorhanden. Aber man muss auch sagen, der Bass ist relativ voluminös. Das heißt, man hat hier nicht so ein, wo es manchmal so ist, da kein wirkliches Volumen im Bass drin ist. Das ist hier anders. Da hört man, dass da wirklich nochmal ein bisschen was dahinter steckt. Und wenn man natürlich nochmal ein bisschen mehr möchte, kann man auch auf die unterste Stufe gehen. Da ist es dann eben nochmal, ich weiß nicht, wenn man auf elektronische Musik steht, ist das, denke ich mal, ja, für den einen oder anderen mit Sicherheit nicht schlecht. Zur Mikrofonqualität. Dies ist auch wieder gewohnt, gut von Biodynamic. Man muss sagen, an sich gibt es an der Qualität nichts auszusetzen und wirklich ist sehr, sehr gut für ein Headset. Natürlich nicht unbedingt zu vergleichen mit einem Standmikrofon. Da ist dann nochmal ein bisschen bessere Klangqualität vorhanden, beziehungsweise einfach, ja, das Ganze funktioniert natürlich auch besser, weil es einfach eine größere Membran ganz einfach ist. Aber dafür, dass es ein Headset ist, beziehungsweise ein Integriertes Headset-Mikrofon, funktioniert das wirklich gut. Und wenn man da noch ein bisschen Hand anlegt, dann bekommt man das schon auf ein wirklich sehr, sehr gutes Niveau. Und ich bin mir sicher, ein paar können das bestimmt auch für ein paar Vertonungsaufgaben verwenden und selbst dafür ist das Ganze, denke ich mal, schon wirklich ausreichend. Kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Ansprüche an. Wenn ihr da wirklich Ansprüche an Studioqualität habt, natürlich muss man da sagen, dass das da nicht ganz dran hinkommt. Ihr hört jetzt nochmal ein Audio-Sample von diesem Mikrofon komplett ungefiltert, beziehungsweise komplett unbearbeitet, dass ihr einfach mal mitkriegt, was aus diesem Mikrofon quasi so rauskommt und in euren PC reingeht. Ein kurzer Mikrofontest des Biodynamic Custom Game ohne Nachbearbeitung mit Hintergrundgeräuschen. Das war es erstmal zum Biodynamic Custom Game. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Headset haltet. Seid ihr eher so ein bisschen der Budgetkäufer, das heißt so unter 100 Euro oder zahlt ihr auch ganz gerne mal ein bisschen mehr und ist euch Audioqualität viel wert, vor allem bei Musik oder eher bei Spielen. Das ist ja auch immer so ein bisschen zwei verschiedene Lager, weil natürlich das Klangprofil auch bei Spielen eigentlich ja so ein bisschen ganz anders eingestellt wird. Gerade wenn man jetzt beispielsweise Counter-Strike spielt, will man eher Schritte hören beispielsweise und da braucht es dann nicht unbedingt Bass. Aber der muss eben auch diese höheren Frequenzen bzw. leisen Geräusche gut darstellen können. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.